Looking for the overlap, Alba inside, it's Messi! Again, the menace in Bayern arrived! Neymar kommt, die Lancia ist NOSSA SENHORA! Der Spettackel von Neymar! Messi gegen Neymar, Fußball-Challenge, let's go! Oh! Ah! Meier! Okay, Freunde, 1. Challenge, 5-Shot-Challenge. Neymar, bist du bereit? Ja! Alright, let's go! Ja, den 1. macht er souverän. Ja! Scheiße! Ja! Sehr gut! Oh! Zweimal Alu, ey! Wichtig, wichtig! Okay, letzter! Ja, guter, erster Kontakt! Yeah! So, Messi fängt jetzt an. Muss nachziehen. 3 gilt es zu toppen. Kein Druck, ne? Also, Elba ist schon Nervensache. Ja, ja. Weiß nicht, ob der Nerven hat. Ja, ja! Zack, den macht er ganz locker! Da kennt man gar nichts! 1 gegen 1! Oh, yes! Guck mal, er geht auf den Beini! Knapp vorbei, er steht nur ein Tor auf dem Konto. Boah! Ärgerlich! Geiler Schuss aber! Das tut weh jetzt, muss ich sagen. Egal, den hauen wir noch rein. Touch! Ach nein! War er drin? Ich glaube nicht, ne! Torwart, ich glaube er nicht. Kann man leider nichts machen. Nein! Nein! Durchgepackt! Yes! Ja, den trifft er nicht. Nervös! Ja, okay! Komm! Gib mir her! Ah ja! Ja, okay! Zerstör mich direkt! Pogba an doch jetzt! 10 Minuten später! Ja, sicher! Ah, scheiße! Uh! Der wäre spektakulär gewesen! Der kam aber... Der sah gut aus am Anfang, muss ich sagen! Ah! Macht der was Verrücktes? Oh! Oh! Immerhin! Geiles Ding, ey! Oh! Oh! Oh, den schießt er vorbei! Ja, also die erste Challenge geht auf jeden Fall an Semih Neymar. Wir haben aber noch zwei Challenges. Oh mein Gott! Der Mann will den Ball nach Argentinien schießen. Boah! Aber der war nicht schön, aber der war drin wenig. Drin ist drin! So, come on! Ah! Okay, Freunde, steht 1-0 für mich. Wie auch immer, aber... Ich bin in Führung. Let's go! Mal sehen, wie lange das so bleibt, ne? Zeig mal her! Sehr geil, Junge! Wattenparade dann! Ah, was ist denn das denn? Joker! Wattending! Ja, come on! Dann leg mal vor! Das ist scheiße! Okay, come on! Ja! Ja! Come on! Das ist es! Das wird so ne Nullerrunde! Ja! Der Pfosten, Junge! Let's go! Erklär mal, was war da los? Elmar war ja irgendwie Freaky-Schüsse. Das ist so... Oh! Das ist schon sehr ärgerlich. Meine Parade-Disziplin und dann so abzuschneiden hier. Mir stinkt es. Ja, mir stinkt es grad sehr. Das ist jetzt echt. Eigentlich muss er treffen. Oh! Ja! Er hat ganz viel Druck da jetzt. Ich hab den goldenen Schuss auf dem Fuß jetzt. Also, den musst du jetzt treffen, ne? Ja, ich weiß. Wie so im WM-Finale. Oh! Oh! Ey! Alter Schwede! Elektrischer Marsch! So! Wolltest du eigentlich auch springen? Ja, ist doch gut schon. Ich hab ein bisschen Geld gegeben vorher. Kommen wir zur finalen Challenge. Man hat einen Kontakt, um den Ball anzunehmen und einen Kontakt zum Schießen. Jedes Tor, was direkt erzielt wird, zählt doppelt und gibt somit zwei Punkte. Okay, Freunde. Zielale! Let's go! Come on! Frei hast du noch, ne? Ja! Huh! Alles on fire! Ah! Nein! Ich hab ihn hier schon gesehen, ne? Oh! Das wär so ein geiles Ding gewesen! Messi hat zwei. Ne, man macht mindestens drei. Bereit? Ja! Guter Touch! Alter! Oh! Yes! Nein! Was? Ich muss die ein bisschen schwieriger spielen. Die sind alle zu einfach. Die merken das hier gerade. Ah, der war dankbar. Nee! Boah, den hat er! Den hält er fest! Geil, Junge! Boah! Ja! Vamos! Oh, ekelhaft! Ja! Nein! Ja! Ey! Wuhu! Boah, Freunde, jetzt wird's schwer, ey! Scheiße! Scheiße! Er dreht sich auch wieder genau in die Ecke rein, ey! Weiß, was kommt? Ja, ja! Ah! 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 Scheiße! Besser ist das! Letzter Durchgang! Komm, zeig her! Oh! 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 Come on, Alter! Wichtiges! Nein! Wichtiges Ding da! Das Deixa ich aber nicht ökuti! Natürlich! Wah-wah-wah-wah-wah-wah-wah! Hohoho! Ding, ding, pig, ding, ding! Blup fir! Es wird nochmal spannend! Ich hab's euch gesagt! 7.5, muss nachziehen, muss das Ding hier holen, muss das holen. Ja, 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 ja. Nein! Ja, 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 ja. Mach die. Neh mal, da scheint der Junior, da scheint der Rio de Janeiro. Ja, ja! Ja! Sebi gewinnt also für Neymar das Duell. Schreibt mal in die Kommentare, wen ihr mehr feiert, Messi oder Neymar.